Herzlich Willkommen zum CoFocus Webcast Thema FMEA. Ich freue mich, dass wir da sind. Mein Name ist Lars van Strahlen. Auch herzlich Willkommen von mir. Mein Name ist Daniel von Sondern. Damit Sie so ein bisschen den Eindruck bekommen, wo wir uns heute bewegen, was die Modullandschaft angeht, des Moduls FMEA, haben wir eine kleine Folie mitgebracht, um Ihnen die Übersicht zu zeigen. Damit können wir mal auf meinen Rechner schalten. Das, was Sie hier sehen können, das sind fast alle BAPTEC-Module, die wir mitgebracht haben. Und innerhalb dieser BAPTEC-Modul-Familie gibt es heute verschiedene Bereiche, die wir betrachten möchten. Klar, logischerweise, es gibt die Kernbereiche, FMEA und Kontrollplan, die wir uns anschauen. Daneben gibt es aber auch das zentrale Maßnahmenmanagement. Was sind denn FMEAs ohne Maßnahmen? Logisch, ja, das gehört zusammen. Und so ein bisschen dunkel-orange, in Anführungszeichen, haben wir das Thema CAD-Integration mitgebracht, weil wir im Rahmen der Kontrollplanerstellung uns an Daten bedienen wollen, die innerhalb der CAD-Integration liegen. Gut, ich würde sagen, wir steigen direkt in die Software ein und springen in das Modul FMEA und sehen hier eine Übersicht an FMEAs, Design- und Prozess-FMEAs in einer Listendarstellung im FMEA-Modul. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die FMEA rein und schauen uns mal an, wie die FMEA organisiert sind. Die FMEAs im BAPTEC und nicht nur das Thema FMEA, sondern auch das Thema Kontrollplan sind innerhalb einer sogenannten Arbeitsmappe organisiert. In dieser Arbeitsmappe habe ich eine Sicht in das System oder auf das System, bei dem sich auch die Design-FMEA befindet, als auch die Prozesssicht, bei der ich die Möglichkeit habe, die Prozess-FMEA zu erstellen und auf Basis der Prozessstruktur, die ich dort eh schon erstelle, auch den Kontrollplan. Das heißt, alles wird gemeinsam in einer Arbeitsmappe organisiert und auch gemeinsam versioniert. Das ist wichtig im BAPTEC. Wenn Sie über FMEAs nachdenken, dann denken Sie schlussendlich irgendwann über die Risikobewertung nach. Risikobewertung, das heißt, das Vermitteln der RPZ oder jetzt seit ein paar Jahren das Vermitteln der Aufgabenpriorität. Und auch das ist eine Funktionalität, welche innerhalb der BAPTEC-Software wahrgenommen wird. Sie können sogar einstellen in dem Bereich, welche der Risikoanalyse-Methoden Sie denn nutzen wollen. Ob Sie vielleicht, wie in unserem Beispiel hier, RPZ gleichzeitig mit der Aufgabenpriorität benutzen wollen oder das eine und das andere. Um innerhalb Ihres Teams die FMEA herstellen zu können, ist auch ein wichtiger Schritt mit Bedeutens-, Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Das sind Werte, die Sie pflegen müssen. Und auch zur Pflege dieser Kataloge bzw. dieser Werte liefern wir Ihnen Kataloge schon mit. Das ist hier out of the box das, was dabei ist. Aber auch hier können Sie nun eigene Kataloge anlegen oder können die Kataloge bearbeiten, die wir hier mitliefern. Gerade in dem Bereich der harmonisierten Variante tun sich hier neue Möglichkeiten auf, da wir Programmfunktionen implementiert haben, mit der Sie firmenspezifische Beispiele ergänzen können innerhalb dieser drei Kataloge, die wir hier sehen können. Nachdem wir den ersten Prozess Scoping so ein bisschen thematisiert haben, das heißt hier auch über das Thema Abgrenzung oder auch Bewertungskataloge gesprochen haben, schauen wir uns jetzt den zweiten Schritt an, die Prozessanalyse oder die Darstellung der Prozessstruktur. Der Lars geht jetzt hier noch einen Schritt weiter und zeigt hier den Prozessbaum, den wir hier in unserer Demo aufgebaut haben. In diesem Fall haben wir ein Hauptprozesselement, das aus verschiedenen Elementen wie Materialanlieferungen, Herstellungsprozessen als auch ein Montageprozess besteht. Die Prozessschritte können beliebig tief strukturiert werden. Also hier sieht man das, der Prozessschritt 02 hat Unterprozessschritte, die hier aufgenommen wurden. Gerne können die Unterprozessschritte auch wieder Unterunterprozessschritte haben und so weiter. Das ist dann Ihnen überlassen, wie Sie die Prozessstruktur hier aufsetzen. Rein datentechnisch gibt es hier keine Grenze, aber klar, Ihr Herstellungsprozess wird eine gewisse Tiefe haben, die Sie hier abbilden können. Diese Prozessschritte haben nach drittem Schritt gewisse Funktionen, die kann ich hier einfach aufklappen, unten an die Prozesselemente hängen und die Funktionen beschreiben. Das grenzt sich auch relativ deutlich im Zuge der Symbolisierung ab. Das heißt also, die Prozesselemente sind mit einem Zahnrad gekennzeichnet, die Funktion wiederum sind zwei kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Die Bedienung generell orientiert sich hier klassisch nach der Windows-Manier, das heißt Drag-and-Drop, Copy-Paste. Ich kann die Dinge ergänzen und auch verschieben und kopieren und mich relativ flexibel in diesem Prozessbaum bewegen. Jetzt kommen wir langsam zu der Kernarbeit der FMEA, indem ich hier einfach mal die Fehlfunktion einblende. Wenn ich das mal aufklappe, dann sehen Sie, dass es schon verschiedenste Fehlfunktionen gibt. Das sind diese roten Punkte, die hier in der Baumstruktur zu sehen sind. Das Besondere an diesen Fehlfunktionen ist, dass Sie innerhalb der BAPTEX-Software die Möglichkeit haben, diese Fehlfunktionen erstmal alle gleichwertig untereinander anzulegen. Das heißt, wir müssen sich an der Stelle noch nicht entscheiden, ob es Folge ist, ob es Fehler ist, ob es Ursache ist, sondern erstmal geht es ums Brainstorming der Fehlfunktionen. Das Brainstorming ist ein wichtiges Element im Bereich der Fehleranalyse und auch hier möchten wir sie unterstützen. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel jetzt einen neuen Fehler hinzufügen, müssen wir uns eigentlich einen Flipchart aufstellen, ein bisschen Brainstorming machen, einen Freitext erfassen. Aber Freitext ist aus IT-Sicht eher suboptimal. Man kann das nicht richtig suchen, strukturieren und daher möchten wir das hier kombinieren. Das heißt, wir können jetzt loslegen und sagen, ob wir haben hier einen möglichen Fehler, der uns jetzt hier einfällt und den einfach mal rein eintippen. Ich werde das mal anfangen. Ich habe also jetzt hier die Idee mitgebracht, ich sage, ja, wir haben immer wieder die Problematik, dass beim Einrichten der Spritzkussmaschine dieser Einrichtprozess, der hier schon steht, gestartet wird, ohne dass die Mitarbeiter die Prozessparameter schon per Anweisung bekommen haben. Also die Papiere sind zu spät am Shopfloor. Und das will ich jetzt tippen. Ich fange jetzt an, indem ich hier PA tippe. Da sehen Sie schon, Freitexteingabe ist super, aber im unteren Bereich sucht das System jetzt alle anderen FMAs durch und zeigt mir alle Fehlfunktionen an, weil die irgendwas mit PA zu tun haben. Also das ist so ein Mini-Lessons-Learned, was hier passiert, dass also die vorhandenen Datensätze aus dem schon im Hintergrund existierenden Katalog herausgesucht werden. Wenn ich jetzt hier noch ein P mache, dann sehe ich, oh, guck mal, es gibt schon eine Fehlfunktion Papiere zu spät im Shopfloor. Ich muss mir gar keine weiteren Gedanken machen. Genau das ist das Thema, was ich gerne betrachten möchte. Wähle das aus, speichere das ab und Sie sehen hier, da unten ist diese neue Fehlfunktion jetzt angehangen worden an die Funktion. Du hast ja gerade schon gesagt, Lars, dass die Fehler hier linear direkt untereinander hängen. Das heißt, die haben auf den ersten Blick erstmal gar keine Verknüpfung untereinander. Diese Verknüpfung von Ursache, Fehler, Fehlfunktion machen wir in Babtec mit einem grafischen Tool, mit dem Fehlernetz. Wir nehmen jetzt hier ein Fehlernetz einer bereits verknüpften Fehlfunktion und können hier sehen, dass die Fehlfunktion auf der linken Seite bereits drei Ursachen hat. Das heißt, diese drei Ursachen sind in meinem Prozessbaum entsprechend verteilt und hier im Fehlernetz miteinander verknüpft. Was allerdings noch fehlt, das ist die rechte Seite, dieses Fehlernetzes und auf der rechten Seite werden die Ursachen aufgelistet und es gibt aktuell noch keine Ursache für diese Fehlerfolgenkette. Die kann ich aber jetzt ganz einfach ergänzen, denn die Papiere zuerst im Shopfloor, das ist genau die Ursache für die Einrichtfehler. Also werde ich jetzt diese neue Fehlfunktion, die wir gerade zusammen angelegt haben, nehmen mit gedrückter Maustaste, Drag and Drop und lasse die rechts neben Einrichtfehler fallen. Und schon ist diese Fehlfunktion als Ursache für den Einrichtfehler in der Datenbank hinterlegt worden. Jetzt haben wir eine klassische Fehlerfolgenkette, rechts die Ursache, dann die Fehlfunktion, die hier orange im Fokus steht, linksseitig dann die Fehlerfolgen und hinter diesen Fehlerfolgen können weitere mittelbare Folgen folgen. Das ist jetzt doppelt gemoppelt. Aber wenn du hier rauszoomst, dann kommt spätestens jetzt so ein klassisches Formblatt natürlich an seine Grenzen, weil wir jetzt noch einen weiteren Knoten in unserer Fehlerfolgenkette haben und so ein Fehlernetz natürlich beliebig komplex sein kann. Wenn ich das jetzt in einem Formblatt darstellen würde, kriege ich immer so einen kleinen Knoten im Hirn, weil ich immer wieder die Zeilen ersetzen muss. Die muss ich verschieben, um den richtigen Fokus für die Fehlerfolgenkette darzustellen. Der nächste Schritt, nachdem ich jetzt die Ursache erkannt habe, die Ursache benannt habe, mit Papiere zu spät im Stop-Flow ist, dass ich mir Gedanken um das Risiko mache. Und die Risikoanalyse startet an der Stelle mit einer Bedeutung, die habe ich hier schon hinterlegt, das heißt die Folgen haben schon eine Bedeutung. Aber für die Ursache Papiere muss ich in dem Bereich jetzt noch eine auftretende Entdeckungswahrscheinlichkeit benennen. Und innerhalb der WAPTEX-Software passiert das in sogenannten Maßnahmenbündeln. Ich klicke das jetzt an und Sie sehen, hier wird ein neues Maßnahmenbündel erzeugt, der Timestamp wird eingetragen und es wird erstmal, da es niegelnagelneu ist, der Worst Case genutzt. Also 10er Auftretenswahrscheinlichkeit, 10er Entdeckungswahrscheinlichkeit. Die Maßnahmenbündel tragen das Risiko oder halten die Risikobewertung in sich, die alle an diesem Maßnahmenbündel angehängten Maßnahmen bilden. Das heißt, hier drin würden Sie bestehende oder neue Maßnahmen planen und dokumentieren und auf Basis der Maßnahmen, die innerhalb dieses Bündels stecken, die Risikobewertung vornehmen. Jetzt müssen wir so ein bisschen schludern und sagen, okay, das ist unser Status quo. Es gibt sicherlich heute bestehende Maßnahmen, die ich jetzt schnell erfassen könnte. Das sparen wir uns jetzt, weil wir jetzt natürlich auch direkt eine bestehende Risikobewertung, das, was der Lars gerade macht, einfach durchführen, ohne dass wir Maßnahmen haben. Normalerweise würden Sie welche erzeugen, die hier drunter als vorhandene Maßnahmen gekennzeichnet werden. In meinem Fall sage ich jetzt, ja, die Entdeckung dieses Problems, die passiert, warum auch immer. Ja, vielleicht haben Sie eine Maßnahme, die fertigungsbegleitend passiert oder Sie haben hinten nochmal eine 100%-Prüfung, whatever. Aber die Auftretenswahrscheinlichkeit, dass hier wirklich die Papiere zu spät sind, das passiert schon häufiger. Also nehme ich hier halt das 8. Risiko, was die Auftretenswahrscheinlichkeit angeht. Dadurch, dass ich jetzt die Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit gepflegt habe, sieht man hier im unteren Bereich, ich vergrößere das nochmal, dass jetzt die in den Stammdaten hinterlegten Risikoanalysen errechnet werden. Bei uns war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte die APZ noch ausgegeben haben, wir aber auch parallel dazu die Aufgabenpriorität. Und beide Indizes sagen mir tatsächlich, hey, da ist Handlungsbedarf, du musst was tun, ja, das kann so nicht bleiben. Die hohe Aufgabenpriorität heißt, wir müssen eine Maßnahme einleiten und genau das tun wir jetzt. Das machen wir im Zuge eines zweiten Maßnahmenbündels, um eine Entwicklung beziehungsweise sogar eine Optimierung unseres Risikohandlings darzustellen. Damit wir jetzt die Auftretenswahrscheinlichkeit senken können, die ist ja hoch, werde ich nun eine Vermeidungsmaßnahme schalten. Ich klicke das an und komme jetzt hier in meinen klassischen Dialog, in dem ich so die erste Idee erfassen kann, was plane ich denn zu tun. Naja, und was kann ich hier machen, um da Abhilfe zu schaffen, dass die Papiere frühzeitiger im Shopfloor sind? Ich werde Hardware beschaffen und um ganz genau zu sein, werde ich meine IT-Abteilung bitten, einen Drucker direkt im Shopfloor zu installieren. Und meine IT-Abteilung steht Gott sei Dank neben mir. Der Daniel ist das nämlich. Da sage ich, lieber Daniel, du sollst dich bitte bis Ende der Woche darum kümmern. Und ich selber werde mich darum kümmern, die Wirksamkeit zu prüfen. Und das mache ich eine Woche später. Bisher existiert diese Maßnahme erst mal nur in dieser Ansicht. Das heißt nur in dieser Ephemer, in diesem kleinen Kosmos, weil sie noch eine Draftmaßnahme ist. Wir können uns jetzt überlegen, ob das Sinn macht, diese Maßnahme umzusetzen oder vielleicht diese Maßnahme sogar zu verwerfen, weil die IT sagt, hey, wir haben so viele Drucker, brauchst du jetzt nicht nur einen Extradrucker. Wenn ich die verwerfe, könnte ich das begründen, die würde hier zwecks Dokumentation natürlich im System bleiben. Und ich könnte mal nachvollziehen, welche Maßnahmen ich vielleicht in Erwägung gezogen habe und warum ich diese verworfen habe. Jetzt wollen wir aber tatsächlich der IT was zu tun geben und die Maßnahmen in Umsetzung bringen. Dadurch, dass ich jetzt diesen Maßnahmenstatus geändert habe und die Maßnahmen in Umsetzung gebracht habe, verändert sich diese Maßnahmenmaske. Die verändert sich dahingehend, dass die Maßnahmen jetzt, na wie soll ich sagen, wirklich ins zentrale Maßnahme eingestellt wurde. Also die ist jetzt von der reinen Idee der Maßnahme, welche sich nur in der FMEA befindet, übergegangen ins zentrale Maßnahmenmanagement. Und da kann ich jetzt noch ein bisschen ergänzen, indem ich sage, das ist eine interne, geplante Maßnahme. Der Rest der Informationen, was ist zu tun, wer hat es zu tun, bis wann soll es getan werden, ist übernommen worden und muss gar nicht mehr neu gepflegt werden, sondern steht jetzt schon meinen Mitarbeitern zur Verfügung. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann denn der Mitarbeiter sich Übersichten holen? Wie erfährt er von solchen Informationen? Und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Ein Weg, das wäre der klassische Weg, wenn ich mich in der Babtex-Software bewege, dass ich das zentrale Maßnahmenmanagement nutzen kann. Das ist eins unserer Hauptmodule. Ich habe das hier auch schon mal gestartet. Und im zentralen Maßnahmenmanagement finden sich alle Maßnahmen wieder. Egal, ob die Maßnahmen im Reklamationsmanagement, ob die in der FMEA, im KAPA oder auch dem Prüfauftrag zugeordnet sind, hier finde ich die Maßnahmen wieder. Alternativ dazu, wenn ich jetzt nicht direkt in das Maßnahmenmanagement schaue, kann ich natürlich auch den jeweiligen Verantwortlichen der Maßnahmen per E-Mail informieren und sagen, hey, lieber Daniel, hey, lieber Lars, du hast hier eine neue Maßnahme, bitte führe sie durch. Natürlich, die Maßnahme, die kommt mit so ein paar Ursprungsinformationen, dass man direkt sehen kann, okay, was ist denn der Hintergrund dieser Maßnahme. In diesem Fall sehen wir, dass es aus dem FMEA-Modul kommt, an welcher FMEA sie hängt und was die entsprechende Fehlfunktion ist. Ganz interessant ist, dass es innerhalb dieser E-Mail hier einen Link gibt, der sich QGO nennt. Und wenn wir über den sogenannten QGO-Link sprechen, dann gibt es hier eine URL, welche mich jetzt in einen Browser bringen würde. Um diese Maßnahme nicht in dem klassischen Rich-Client-Windows-basiert durchzuführen, sondern Browser-basiert durchzuführen und damit, naja, schließendlich geräteunabhängig. Das Ganze könnte ich auf dem Android-Gerät machen, könnte ich auf dem Apple-Gerät machen. Was ich brauche, ist den Browser an der Stelle. Als IT-Mitarbeiter in unserer Rolle, jetzt werde ich ja immer ein bisschen neugierig. Browser, muss ich dann meinen Mitarbeitern erlauben, ins Internet zu gehen? Tatsächlich nicht, weil wir befinden uns weiterhin in der internen Umgebung. Das heißt, dieser Browser, den wir uns gleich anschauen werden auch, dieses QGO, arbeitet mit dem internen Datenbestand. Intranet ist das Wort. Nicht Internet, sondern Intranet. Lokale Daten, lokale Datenbank, lokale Zugriffsrechte. Gut, dann mache ich das, weil ich habe eigentlich keine To-Dos im klassischen Babtex-System, in dem du unterwegs bist. Ich bin weder FMR-Moderator noch Teil des Qualitätsteams. Dennoch bindet der Lars mich in seinen Qualitätsprozess ein und schickt mir diese Maßnahme zur Abarbeitung. Die Maßnahme nehme ich aber jetzt nicht im Babtex-Q, im Maßnahmenmanagement hingegen, sondern auf meinem Tablet. Und auf meinem Tablet, wenn wir einmal auf das Tablet schalten, sehen wir die Maßnahme im Überblick. Ich habe mich hier eingeloggt in diese QGO-Umgebung, benutze also den gleichen Babtex-Login, den ich auch benutzen könnte für das Babtex und sehe hier die Übersicht meiner Maßnahmen. Jetzt sehen wir hier oben, Beschaffung, Maßnahme, FMEA. Man sieht, ich bin auch in anderen Bereichen unterwegs. Also ich sehe hier auch aus dem Bereich Quality-Cockpit, das heißt, die Kennzahlen über sich. Da gibt es Maßnahmen aus dem Reklamationsmodul. Das Modul erzeugt Maßnahmen, die an mich adressiert worden sind. Das heißt, ich kann, egal ob ich jetzt Zugang auf das Babtex-Q habe oder vielleicht einfach nur ein beliebiges Endgerät, was über den Webbrowser verfügt, immer auf meine To-Dos zugreifen. In diesem Fall sind es die Maßnahmen. Jetzt schauen wir uns die Maßnahme mal im Detail an. Ja, der Lars, du stehst noch in der Maßnahme drin. Warte, warte, ich lasse dich mal rein. So, ich habe sie geöffnet. So, dann gehen wir nochmal rein in die Maßnahme. Jetzt habe ich auch Schreiben in Zugang auf die Maßnahme und sehe die zwei Schritte, die in der Maßnahme stecken. Das Durchführen oben, das hast du mir zugeordnet, unter dem unteren Bereich. Das Prüfen, das hast du dir zugeordnet. Ich sehe schon, du hast dir sehr, sehr viel Zeit mit dem Prüfen gelassen. Ja, eine Woche, dachte ich. So, da fühle ich mich wohl mit. Sehr gut. Okay, dann werden wir uns mal an die Abarbeitung der Maßnahme machen. Das heißt, ich habe jetzt natürlich schon den Drucker besorgt, damit der Lars hier auch seine Arbeitspapiere entsprechend zeitig drucken kann. Und das machen wir jetzt. Ich werde ihm mal eine Notiz geben und hier reinschreiben, was jetzt hier der Status der Dokumentation ist. Hallo Lars, anbei ein Bild deines neuen Druckers. Ich hoffe, du bekommst deine Papiere nun rechtzeitig. So, Notiz ist erstellt. Da speichere ich. Ich habe gesagt, ein Bild. Also Lars, kriegst du auch ein Bild deines neuen Druckers. Ich habe dir ein High-End-Modell besorgt. Also ein kugelgestützter Tintenschreibdrucker. Den kannst du immer mitnehmen, hast du immer dabei. So kannst du garantieren, dass du immer prima Dokumente hast. Da kannst du tausende von Seiten mitdrucken. Ich sehe schon. Du nimmst meinen Job richtig ernst, wenn du mir solchen Drucker anbietest hier. Genau. Bei smarten Endgeräten habe ich immer die Möglichkeit, auf die Kamera zuzugreifen. Und dadurch kann ich Bilder machen, die direkt an die Maßnahme hängen und die wiederum natürlich an der gesamten FMRA hängt. Das heißt, ich habe schon so eine kleine Dokumentationskette hier geschaffen. Ich speichere das Ganze noch und sage hier am Ende, Maßnahme erledigt und habe meinen Job in diesem Bereich erstmal erledigt, ohne dass ich eigentlich das Babtec Q öffnen muss und die gesamte Software vielleicht sogar installieren muss. Diese Kogor-Oberfläche, diese Browser-Besitter-Oberfläche, die wir hier sehen, die verändert sich mit dem Endgerät. Wenn Sie das Ganze auf einem Handy aufmachen würden, dann würde die Oberfläche umgebrochen, dann würde das eher in die Länge gezogen und Sie könnten diese Maßnahme über Ihr Tablet, über Ihr Telefon oder wie auch immer erledigen. Also das ist genau der Ansatz, dass Sie sich keine Gedanken mehr machen sollen, über welche Ausstattung, welche Software, welches Know-how hat der Mitarbeiter, denn das ist wirklich einfach, einfach gehalten. Gut, ich würde sagen, ich gehe aus der Maßnahme raus, dann kannst du dir die Ergebnisse angucken, weil wir technisch gesehen in derselben Datenbank arbeiten. Das heißt, die Ergebnisse sind jetzt bei dir an deiner FMA sofort verfügbar. Das schauen wir uns an. Damit können wir nochmal auf meinen Rechner gehen. Und wenn Sie genau hinschauen, dann ist dieser Haken hier unten da, noch ist der rot. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich die Liste die ganze Zeit offen gehalten habe und noch keine Aktualisierung stattgefunden hat. Das ist aber jetzt ganz einfach, indem ich einfach mal F5 drücke und schon wird die Liste neu geladen. Und Sie sehen, jetzt habe ich einen gelben Haken. Und gelber Haken bedeutet, die Maßnahme ist erledigt, aber noch nicht auf Wirksamkeit geprüft, weil das ist ja eine Aufgabe, die ich mir noch vorbehalten habe. Wenn ich jetzt mal reingehe in diese Maßnahme, dann sehen Sie, dass der Freitext, den der Daniel mir hier zukommen lassen hat über den Browser, wie auch das Dokument, oder um genau zu sein, per Doppelklick das Foto als Dokument, in der SQL-Datenbank abgelegt wurden und für mich im Abruf bereitstehen. Also wirklich, ja, der Ansatz ist die Zentrale der SQL-Datenbank mit Zugriff über verschiedenste Endgeräte, über verschiedenste Wege. Okay, jetzt habe ich schon mal die Idee, Daniel, dass das so wahrscheinlich meine Auftretenswahrscheinlichkeit senken wird, auch wenn ich noch nicht die Wirksamkeitsprüfung durchgeführt habe. Aber ich sehe, dass es erledigt ist und will jetzt schon mal präventiv sagen, ja, wenn jetzt alles gut läuft und die Wirksamkeitsprüfung auch passend ist, dann denke ich, wird das auf eine Auftretenswahrscheinlichkeit von zwei runtergehen in dem Bereich. Und das Nette ist, dass sich diese Informationen, die wir hier gerade pflegen, auch wieder live auswirken an der Stelle, das sieht man hier unten, da ist jetzt direkt das zu erwartende neue Risiko aktualisiert worden. Sobald dann die 72 Tage, die du dir Zeit gelassen hast, zur Prüfung abgelaufen sind und der Lars dann die Aufgabe oder die Maße in diesem Fall abgeschlossen hat, verschwinden auch die Klammer natürlich um die Risikobewertung. Dann ist das die neue Status Quo Risikobewertung für diese Ursache, die wir gerade definiert haben. Jetzt haben Sie selbstverständlich zwischendurch, oder nicht nur zwischendurch, sondern auch am Ende die Aufgabe, solche Informationen zu transportieren. Und Sie möchten vielleicht das, was Sie hier jetzt in der Datenbank haben, jemand als Bericht zur Verfügung stellen. Und um dieses Berichtwesen abzudecken, gibt es bei uns mitgelieferte Berichte. Ich gehe mal hier auf den Drucker und greife mir mal solch einen mitgelieferten Bericht heraus. Per Doppelklick kann ich den öffnen. Jetzt sehen Sie schon, und ich mache das mal ein bisschen größer, dass all das, was wir gepflegt haben, wie zum Beispiel hier den Einrichtfehler in der Mitte, die Folgen auf der linken Seite, die Ursachen auf der rechten Seite genutzt werden für den Bericht. Und natürlich hier auf der rechten Seite die Informationen des Maßnahmenmanagements auch, inklusive der Informationen, dass der Daniel das Ganze über seinen Browser umgesetzt hat. Und der Freitext wird auch mit übernommen. Zentraler Ansatz, eine SQL-Datenbank. Zum Schritt sieben gehören neben diesem Reporting, also zum Schritt sieben FMEA gehören neben diesem Reporting unter anderem natürlich Auswertungen. Und das FMEA-Modul kommt mit einigen Spezialauswertungen, mit klassische Risikomatrix beispielsweise, die Sie jederzeit aufrufen können, um zu schauen, wie steht es gerade um das Risiko meiner FMEA, wo befindet sich meine Aufgabenpriorität, wo habe ich vielleicht auch Schwerpunkte, wo habe ich hohe, mittel- und niedrige Prioritäten, die ich hier betrachten muss. Gut. FMEA-Thema, cool. Jetzt haben wir Kontrollplan auch noch auf der Uhr. Wie komme ich jetzt von der FMEA zum Kontrollplan, Daniel? Der Weg ist tatsächlich nicht weit. Du stehst schon letztendlich in derselben Struktur, die du ja für den Prozess FMEA geschaffen hast. Der Lars baut das ein bisschen um. Wir brauchen jetzt keine Fehler mehr, keine Maßnahmenbündel mehr, die würden hier ausgeblendet werden. Und schon schauen wir auch auf die Prozessstruktur, die als Grundlage für den Kontrollplan dient. Ich blende das mal ein. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Prozessschritt, den wir ja gerade hatten hier, Kunststoffunterteil herstellen, und werde jetzt diese Kontrollplanbrille aufsetzen und sehe jetzt im unteren Bereich, na ja, das dürfte Ihnen relativ bekannt vorkommen, das ist so ein klassisches Kontrollplan-Layout mit meinen Merkmalen, die ich habe, beziehungsweise die Methodiken, die auf der rechten Seite hier ergänzend im Kontrollplan gepflegt werden. Die Frage ist jetzt, hier sind jetzt sehr, sehr viele Merkmale drin, wo kommen diese Merkmale her? Das heißt, die Merkmale sind ja, im Kontrollplan betrachten wir ja Produkt- und Prozessmerkmale, und die müssen im System ja irgendwie erschaffen werden oder importiert werden. Ich zeige dir das mal. Ich gehe mal hier auf den Prozessschritt Materialanlieferung, und dann siehst du, dass ich hier eine Karteikarte Systemelemente habe, und über diese Karteikarte Systemelemente kann ich die schon hinterlegten Systemelemente auswählen. Das ist ein Katalog, den man da pflegen kann. Aus welchen Systemelementen besteht denn das System für diesen Prozess? Dann tue ich das, und weil ich das ausgewählt habe, bekomme ich eine Liste der Merkmale, welche an diesem Systemelement Kurbelwelle hängen. Und das Coole ist, dass diese Merkmale aus unserem Zeichnungstool übernommen wurden. Auch das kann ich mir mal näher anschauen, indem ich hier die Ansicht wechsel, in so eine tabellarische Ansicht gehe, und in dieser tabellarischen Ansicht mir die Zeichnung live anzeigen lasse. Da sieht man, ich habe hier meinen Stempel 101, mein Markmal Länge, und auf der rechten Seite sehe ich hier, da kann ich so ein bisschen reinzoomen, kann mich bewegen, über den Zeichnungsviewer den Stempel 101 direkt in der Zeichnung markiert. Das heißt, wir haben natürlich vorher schon diese Zeichnung vorbereitet und mit dem CAD-Modul die Zeichnung gestempelt. Dort haben wir eine DXF-Datei oder eine DWG-Datei, lässt sich auch verwenden, gestempelt und alle Merkmale der Zeichnung in eine sogenannte Zeichnungsmerkmale gebracht. Im zweiten Schritt haben wir dann uns entschieden, ausgewählte Produktmerkmale an das Produkt oder an das Systemelement zu hängen. Und dadurch, dass Lars jetzt genau den letzten Schritt gemacht hat, Prozess und Systemelement verknüpft, habe ich direkten Zugriff auf Zeichnungsmerkmale. Und diese Merkmale sind keine Kopie der Merkmale, sondern sind direkt immer noch verknüpft mit der Zeichnung. Das sehe ich zum einen natürlich an dem CAD-Viewer, aber auch das System im Hintergrund achtet darauf, dass diese Merkmale auch synchron bleiben. Das heißt, bei Änderungen beispielsweise von Zeichnungsmerkmalen wird der Bereich Kontrollplan informiert, dass dort Änderungen vorliegen und mit dem Assistenten kann ich diese nachziehen, also aktualisieren. Das ist Bestandteil des Integrationskonzeptes dieser Module. Genauso gut kann ich die Integration aber jetzt weiterdenken. Sie haben gerade gehört von der Zeichnung in den Kontrollplan, okay, aber jetzt geht es ja weiter. Jetzt nehme ich diese Kontrollplanmerkmale und erzeuge aus diesen Kontrollplanmerkmalen meinen Waren-Eingangsprüfplan, meinen Fertigungsprüfplan und auch da werden die Informationen, die ich vorher in der Zeichnung herausgezogen habe, wie Bezeichnungen, Spezifikationen, vom Kontrollplan in den Prüfplan umgenommen plus die Verlinkung wieder zur Zeichnung, sodass ich selbst auf Shopfloor-Ebene, also auf Werkersicht, per Klick wieder in die Zeichnung einsteigen kann. Damit sind wir am Ende. Wir haben Ihnen ganz viel gezeigt, hoffe ich, nicht in der Tiefe, logisch, aber wir wollten Ihnen so einen Überblick geben, wie die FMEA funktioniert. Wir haben die sieben Schritte gesehen, wie so eine FMEA funktionieren kann. Innerhalb der sieben Schritte haben wir das Fehlernetz ein bisschen näher betrachtet, das zentrale Maßnahmenmanagement mit uns angeschaut, inklusive der Möglichkeit, das Ganze entweder direkt im Windows-Client zu machen oder auch fast schon Geräteunabhängigkeit im Browser zu bearbeiten. Dann haben wir den Prozess als Grundlage auch für den Kontrollplan genommen, hier geschaut, wie sich die Produktmerkmale in den Kontrollplan integrieren, wie auch die Abhängigkeit dann zu einem weiteren Modul, wie die CAD-Integration zum Beispiel besteht und auch die Integration fortgeführt werden kann nach dem Kontrollplan Richtung Prüfplanung und sogar Prüfungen auf Shopfloor-Ebene. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, besuchen Sie gerne unsere Webseite, dort liegen einige Videos dazu vor oder abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Klicken Sie auch gerne die Glocke bei YouTube, damit Sie über neue Videos informiert werden. Damit bedanken wir uns für Ihre Zeit. Schön, dass Sie das Video angeschaut haben. Vielleicht sehen wir uns demnächst nochmal live wieder und wir dürfen Ihnen im Einzeldialog nochmal tiefergehende Informationen geben. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.